na gut dann machen wir hier noch den schönen trupp ja wir haben jetzt einige doppelt egal da kriegt der trupp hat keine boni wir müssen jetzt noch unsere leute zum trainieren schicken erst mal schicken wir trupp 3 zum trainieren weil die am schlechtesten sind und dann noch trupp 1 also trupp 3 trainieren gehen und trupp 3 läuft los zum trainieren so sehr gut und dann können wir die kanalisation weiter erkunden trupp 2 ist auf stufe 2 geblieben nur trupp 1 ist auf stufe 1 gelandet naja die brauchen nicht mehr lang bis die stufe 3 erreicht haben als trupp so ihr beide müsst ableveln wie sie da draufhauen genau erfahrungspunkte gekriegt sehr schön ich glaube es gibt sogar erfahrungspunkte da unten im trupp so das gehst du noch trainieren den schreckensfürsten und dann geht es weiter in die hier eigentlich können wir jetzt schon trupp 2 und trupp 3 hier rüber porten und hier weiter uns umgucken und bahl natürlich und die ist vergessler der ist sogar schon mit den besten sachen ausgerüstet so so die beiden doch rüstungs upgrades geben so dann können wir uns hier weiter umgucken gehen denn jetzt haben wir es auch noch mit ratten menschen zu tun so du kriegst ja die erfahrung sehr schön genau ihr morscht mit ratten wollen wir mal trupp 1 noch zur unterstützung jetzt haben wir den auftrag an diesen stellen ähm an diesen stellen hier genau sollen wir die giftfässer platzieren mit dem e-trax was wahrscheinlich eine anspielung auf anthrax sein soll so dazu müssen wir bahnlos sagen er soll das ding benutzen und gutes okay hier ist noch ein raum in dem nichts ist oder ist hier irgendwer hat auch ein paar helden krieger und zwei botenschütze oder ne noch ein krieger so kloppt euch schön jetzt gibt ihr wieder paar ausgepuppte so kloppte 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 genau wir haben währenddessen können sich squad 1 und 2 mit balz weiter umschauen wenn die gegessen haben schicken wir die nämlich los wir wollen schläft einfach das contrail müsste gegessen haben also schicken wir sie ein einfach zu all diesen orten hier ein nach dem anderen woran ja tot tot am totesten Oh, heute Schatztreff. Okay, wir müssen zwei Hebel erreichen. Dann müssen wir uns wieder freibuschen. Um diese Tür da zu öffnen. Äh, nur wo sind die Hebel? Mit mal Hebel ziehen, in der Nähe der Käfig und in der Nähe der Quellen. Naja, hier ist eine Blockade im Weg, deswegen hast du uns geraten Menschen hier in Ruhe. Sehr schön. So, unser Trupp ist, Trupp 3 hat den ersten Dinger geplündert. Den ersten Überfall abgeschlossen, sehr schön. Dann schicken wir sie gleich mal los zum nächsten. Immer mal ein Auge drauf halten, wie es bei denen so aussieht. Das ist eh unser stärkster Druck mit dem, äh, Typen, den wir da gekriegt haben zusätzlich. Wir müssen uns aber demnächst nochmal wieder zurückziehen und Spot, äh, 1 und 2 füttern. Ah, das ist Hebel Nummer 1. Hebel Nummer 2 wird dann wahrscheinlich irgendwo anders sein. So. 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 Wie sein Ding im Jungle hat alles los geht? fucking haben sie jetzt mehr Criminaliven,латen und wieder zu eröffnen. so плюсia undißilien funktioniert. kämpfer sein neun schreckensfürsten ist ja keine leute ist aufgetaucht weil macht die war kaputt und 1 kaputt machen ihr geht was essen und 3 überfällt die letzte schenke neuer schreckensfürst für squad 1 da geht ihr auch gleich mal trainieren 2 ist satt war alles auch wieder bereit sobald die trainiert haben wird kriegt der schreckensfürsten der rüstung upgrade und die restlichen ja die werden wir lassen ja wohl also wir müssen jetzt warten bei der nebenquest bis das bier verkauft wurde und dann müssen wir das geld einsack dafür so der trainiert der schreckensfürst das können wir mal kurz gucken was ist das denn heiler kann um 50 prozent besser heilen sehr schick die sind auch stufe 2 die sind ja wir müssen jetzt aus dieser taverne das geld abholen das geht ja zum glück relativ fix weil dieses war keine wächter dort sind und das müssen wir in allen drei tavern machen deswegen habe ich jetzt absichtlich squad 3 dafür dafür abgestellt dass wir diese aufträge erledigen und danach gucken wir weiter dass wir auf squad 3 zu den anderen schicken dass sie helfen ratten zu moschen wobei wir immer 1 gott eigentlich hier im dungeon behalten sollten obwohl das geht eigentlich noch geht das so die squads sind wieder ready also teleportieren wir sie gleich mal hier hin klopfen sie sich schon mit ratten ah ja die überlebenden des anderen ratten trupps ok ich denke mal den hebel lassen wir in ruhe weil wie unser netter advisor gesagt hat ja genau das nächste der nächste bier lieferant ist fertig schicken wir squad 3 wieder los der hat mir hier helfen klopfen unser tank sieht gleich mal so gut aus ich habe vergessen die rüstung zu geben übrigens so so ok da warten schon ratten auf uns und ich denke mal ich sollte nein im options menü die sound effekte auch etwas runterstellen das ist nämlich auch ein bisschen lautes gemasche glaube ich so platzieren wir hier wie 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 das ist das ist was 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 Whatever it was, it wasn't an invitation to stand around looking moronic. Right. My name is Balgorion. I represent an organization called Fake, the Faculty of Abysmal and Cataclysmic Evil. Huh, alright, even more intriguing. But shouldn't it be Face? Cataclysmic is spelled with... I know. My masters came to the conclusion that Face would sound totally silly, so they decided to disregard conventional grammar in this case. Now, I was in Babarbia for a meeting with a potential member named Malister Cruelly, which, as I understand it, you recently happened to kill. Yeah, well, can't say I'm sorry about that. I am kind of seriously evil myself, you know? I'm positively sure my masters wouldn't consider it a bad deed to slay such a promising evildoer as Mr. Cruelly. More likely, they would regard it as an act of heroism to be frowned upon. But if you are sincere in wanting to develop your dark side, maybe you're interested in applying for membership. I would hate to return empty-handed. Well, perhaps. If so, what would I have to do? Oh, and can my associate Death Slayer also fill out an application? There is nothing in the statute stopping demons from becoming members. As for your efforts, you just have to be yourself. We will keep an eye on you, and I will visit you regularly to give you feedback on your actions. Well, all right. Why the hell not? Uncle Grima always stressed the importance of networking and making exploitable friends. Good. Then let's go over the registration forms. Oh, and to get you started, I happen to know about a wagonload of healing herbs that left Babarbia some hours ago, headed for an orphanage in Libertino. Destroying those herbs is a sure way to get the attention of my masters. Do you know what would be even more evil than destroying those herbs? To poison the shipment and let the wagon continue on its way. To do this, craft a poison vial in your workshop, and your raiding squad will automatically poison the wagon. Do as you wish. It was just an idea. In any case, I'll take care of the registration forms for us both. Send a raiding squad to the wagon immediately. I'm walking here. I'm walking here.